Hallo und herzlich willkommen, ihr seid bei SchleckiLP und das hier ist eine neue Folge von Rainbow Six Siege. Wenn ihr die letzte Folge geguckt habt, werdet ihr gleich feststellen, dass wir nochmal gegen dasselbe Team spielen, weil wir nämlich Fügze sind und uns gedacht haben, da können wir gleich den nächsten Floor des... Volles Arme. Naja, also ich mein, man muss ja eigentlich chronologisch gucken, von daher, ja. Es wird bestimmt ein harter Kampf und deshalb wollten wir den Weg machen. Was machen wir auf, wir verlieren jetzt. Nochmal die Chance geben, uns wegzufegen. So, im Kopf und Kragen gelabert. Und deswegen haben wir uns jetzt genau zwei Tage später nochmal mit denen verbreitet. Surprise. Hier ist mal Render. Aber das ist Bombe. Wir werden sowieso hier rein fusen, deswegen setze ich mal hier... Ich platziere ein AVS. Ich mach hier gleich die Suche mit meinem Eingang. Standort der Bombe in Gefahr. Entsprechend planen. Ich platziere ein AVS. Aber wir könnten hier jetzt zum Beispiel den Boden aufmachen, um da rein zu gucken, äh, die Wand aufmachen. Ja, aua. Es bleiben noch zehn Sekunden. Super, Frisch hat mich angeschossen. Fünf Sekunden noch. Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Verteidigung entsprechend planen. Bombe vom Gegner entdeckt. Magazin wird geladen. Wollen wir die Tür nicht noch wenigstens zu machen, die große Haupttür? Ähm, kannst du machen. Tür gesichert! Oh, ein Platz. Kommen die schon? Ja. Ist jemand an der Platz? Hab einen. Nee, aber... Äh, hier ist irgendwie schon ein Platz am Werk. Lade-Magazin! Platzschlag-Sensor aktiviert. Noch rein? Ich lade mein Magazin! Irgendwie geht das Match an mir vorbei. Entschuldige bitte, wolltest du mitmachen? Bei A ist keiner, ne? Die können bei A planten. Ich bin bei A. Achso, bei B mein ich dann. Ich schieße grad die Wand. Ah, 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 ah! Kacke. Der hab's nicht geholt. Ich scanne. Hat sich gerade jemand reingeseilt? Der versucht sein C4 hier durchm Loch zu schmeißen, der eine. Klappt aber nicht. Mästchen in Position. Ich scanne. Die Gegner entscharfen eine Bombe. Ihr entscharfer muss deaktiviert werden. Bei B? Mhm. Fenster, Fenster, Fenster. Fenster, da, da, Alex! Mach sie nicht! Ich bin runtergefallen! Ich bin runtergefallen! Ich seh nix. Der hängt im Fenster. Ja. Okay, Matze. Rechts! Rechts! Der hängt im Fenster, aber... Ich glaube, wir hätten das gewonnen, wenn Matze sich nicht wieder abgeseichert hätte. Wie geil, er läuft schießen auf die Typen zum Kill, die noch fällt in die Lücke. Die ich beim Killen aufgeschossen habe. Das gleiche mit dir. Ja komm, das reißen wir jetzt raus. Natürlich. Sehr gut. Aber es wird schon mal kein Flawless Victory. Das muss ja auch mal spannend sein. Richtig. Einspielen. Wir haben jetzt auch lange nicht mehr gespielt. Vor allem eine lange Pause zwischen den Folgen. Absolut, wie immer. Ich glaube so, zwei, drei Tage. Je nachdem, welche Folgen wir rausnehmen, ne? Wir haben vier Tage Pause gemacht. Marco. Wer weiß, ob diese Folge es schafft. Ich bin ein guter Ding. Ich werde in diesem Keller recht glatt sein. Dann fahr ich da doch mal direkt hin. Nee. Nee, die sind ganz oben. Nein, nicht. Ja. Da liegt es gar nicht so oben. Eure Drohne hat eine Bombe gefunden. Siehste. Das haben wir doch gut gemacht. Zehn Sekunden. Noch fünf Sekunden. Ich meine, die hat es gar nicht für benötigt mit seiner Drohne zur Pfanne weiß wie ein Rache. Entschärfer wurde erneut gesichert. Die Bombe gefunden. Gelang zu ihrer Position und entschärft sie. Mit dem Sprechen wird es auch mal schlimmer bei dir, ne? Ich glaube, es macht dieser immense Burger Konsum. Feind draußen entdeckt. Ja, andere Seite aber. Aber das ist, glaube ich, ne Ablenkung, damit wir außen rum rennen. Na komm, 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 zeig mal deinen Kopf. Komm, 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 komm. Los. Irgendwo ist hier grad gemacht worden. Nachleidevorgang. Na los, Glatz. Haben wir doch schon. Nein, der Macker ist doch immer noch draußen. Soja, den sehe ich nicht. Der ist auch noch ganz an der Seite gewesen. Der hat den anderen gekillt. Oh, da hat er das Spiel verlassen. Da ist einer von uns wieder draußen hinten. Der liegt. Der liegt. Ja, ich habe ihn gekriegt. Hehehe. Achtung. Nein, der kommt rein. Mist Bock. Ja, drinnen ist er jetzt noch nicht, würde ich sagen. Hä? Sag mal, sieht man die Bomben gar nicht mehr? Ne, wir haben den Diffuser nicht aufgesammelt. Ja, da ist noch einer draußen. Das darf doch nicht wahr sein. Weißt du was, ich hole mir jetzt den Diffuser auf. Ne, ich bin schon da. Achso, ich dachte, ich hätte den geholt. Entschärfer wurde zurückgeholt. Platziere Streusprengsatz. Magazinwechsel. Streusprengsatz eingesetzt. Den habe ich eine Weile schon vorher gesehen. Ich traue mich nicht reinzugehen. Okay, der ist hier, der läuft hier lang. Ja, ich habe den gerade gesehen. Ja, ich auch. Nur noch ein Gegner übrig. Hatten. Ja. Das war der Ruble. Äh, ja. Sauber. Ich stand im Staffelrad drinnen. No Scope oder was? No Scope. Alter, wenn ich das nächste Mal wieder rausrushen, brauche ich unbedingt eine Distanzwaffe. Das war aufregend. Das war ausrushend. Aufregend. Dadurch haben sie sich das Match quasi oder die Runde verschenkt. Irgendwie, da kam ja nichts, ne? Der hat uns dann hinten, sag ich mal, abgelenkt, aber vorne gingen dann die Fenster nicht auf. Die haben einfach auf die falsche Seite gehofft, dass wir da spawnen. Ja. Ich ärgere mich auch so ein bisschen, dass ich den Rook nicht geschafft habe da. Der hat Matze dann jetzt. Schön für Matze. Toll. Oh, der freine Herr Matze wieder. Wir wissen, dass was Besseres ist. Oh, was? Warum macht der das? Weil er es kann. Hinterhalt gelegt. Sicherheitsabstand halten. Wann geht er mir auf den Sack? Die Gegner haben eine Bombe. Ich schieße ihn. Ich schieße ihn. AVS ist platziert und einsatzbereit. Zehn Sekunden noch. Achtung. Die Gegner haben eine Bombe erfunden. Es bleiben fünf Sekunden. Die Radion kommen. Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Ziele lokalisiert. Ich habe die Wand verstärkt. Ziele lokalisiert. Eingang abgesperrt. Umrammeln. Jawoll. Nice. Ich setze den Herzschlagsensor ein. Hier macht einer das Fenster auf. Ja, bei B geht auch einer rein. Da komme ich mal hoch. Letzter verbleibender Gegner. Was? Ja, den habe ich gesehen. Wo denn? Ich setze den Herzschlagsensor ein. Nee, nicht den letzten Gegner. Aber... Ah, der ist... Warte, der ist auf dem Dach. Glaube ich. Ich habe den ganz kurz eben... Herzschlagmäßig gesehen. Ah, warte. Nein, das ist... Danke. Ich dachte, der ist neben mir. Aber war gar nicht. Dann wurde ich angeschossen. Ja, ne. Das war easy. War zwar nicht flawless, aber... Ach, ist ja noch gar nicht vorbei. Nein. Nee. Ich bin es nur gewöhnt, drei Runden zu spielen. Huch, den wollte ich nicht wählen. Den wollte ich wählen. Weißt du was? Ich... Ich... Heute ist echt großer Futze-Day bei Don Schleck. Don Fuse. Ich glaube, das komplette gegnerische Team hat jetzt auch einmal gelieft. Außer der... Big Mark 92. Nee. Farkuny ist auch noch... Gehört auch noch zu den Ursprünglichen. Und dieser Neo Cosmetics... Auch... Beastplay ist und Brandlis... Stuttern... Weiß ich nicht. Ich glaube, eigentlich Stuttern ist jetzt gerade hergekommen. Oh, der kam gerade. Ihr müsst eure Drohne verwenden, um eine Bombe aufzuspüren. Ich lasse euch Vorsprung. Warum? Weil das sonst unfair ist, glaube ich, die gleich E5. Ja, guck mal, hier ist sie. Die Drohne hat eine Bombe... Ich wollte euch nur zur Höchstleistung ausbornen. Eure Drohne hat eine Bombe gefunden. Ich habe dafür sechs Kills. 10 Sekunden bis Einsatz. Noch fünf Sekunden. Ich stehe hier wieder... Perfekt. Entschärfer wurde zurückgeholt. Gelang für die Bombe und entschärft sie. Haltet nach anderen Ausschau. Die sind im Erdgeschoss, ne? Also ich glaube, ich werde gleich bei B reinfüßen. Und dann ziemlich schnell da auch planten. Ich lade mein Magazin! Wurde entdeckt. Ja, hier oben ist die Kamera. Ja, ich sehe... Ich muss weg. Ich habe sie in der Kamera gemacht. Fein draußen entdeckt. Der ist hier! Rechts, 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 rechts! Ah, zack, Alter! Entschärfer ist jetzt gesichert. Also ich glaube, bei B ist keiner drin. Dann könnt ihr so planten. Ah, warte, da hinten ist einer. Hab markiert. Also in dem Raum gegenüber von B. Der kann quasi das Fenster anbieten. Der letzte müsste doch der sein, der in dem Raum da drüben ist, den ich markiert habe, oder? Fenster einfach. Ja. Ich gucke auch rechts, ne? Die können rechts... Aber da ist kein Loch in der Wand. Haha. Ja. Gegner eliminiert. Eigener Toto vollkommen. Ja, kann man leider noch mal machen. Alex, hast du eigentlich so... Alex, hast du diese Runde eigentlich irgendwas gemacht? Ähm... Nein. Ich habe auf den letzten geschossen, als er schon tot war. Geil! Man muss ja auch nicht immer was machen. Das einzige, was ihr machen müsst, ist das nächste Mal wieder reinschalten. Daumen nach oben, Abo da lassen. Von mir aus auch ein Daumen nach unten, Hauptsache Daumen. Ne? Also, machen und... Äh, ne, ne. Äh, Daumen runter ist in Ordnung, aber Hauptsache Abo. Also, reingehauen. Tschüss! 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 Tschüss!